Dein Handy kann hacken? Meins kann bloß Schwarz-Fotos aufnehmen. Halt's Maul! Oh mein Gott, Alter, das disruptiert ich. Alter, bleib einfach cool, okay? Warte, ich krieg's hin. Wir sind ganz cool. Hey, ich liebe dein Flipkick. Ja. Hier, nimm das. Ah, meine Nippe! Ampelanlagen-Hack, was? Oh gut, mein Gott, eine rote Ampel! Ah, aui! Hey! Die haben Aidens Handy! Was? Schnappen wir sie uns! Gehen wir! Gehen wir! Was? Wieso sind wir darin verwickelt? Ihr steckt da mit drin, los! Gehen wir! Die kriegen wir. Okay, okay, passt auf. Wir müssen ein richtig geiles Badass-Team zusammenstellen, wenn wir von diesen bösen Typen entkommen wollen. In Ordnung? Ian, was kannst du? Ähm, ich kann zwei Schallspaghetti auf einmal essen. Okay, Anthony, was kannst du? Äh, ich kann einen richtig modischen Schall stricken. Okay, stereotypischer muskulöser Action-Held-Typ, was kannst du? Ich bin der gefährlichste Mann der Welt! Und ich hab die hier! Ähm, ich nehme Anthony. Ja! Und... Und Ian. Ja! Gehen wir, gehen wir! Was? Nicht fair! Okay, hör zu. Wir gehen zu meiner Fantasy-Factory und werden dort sicher sein. Okay, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir! Ich weiß nicht, wie sie einfach so verschwinden konnten. Diese Typen sind die besten Verstecker, die ich damals nicht gesehen habe. Okay, okay, hör zu. Ich will, dass ihr jetzt beide in den Verkehr lauft. Was? Wieso? Was meinst du mit wieso? Was lieben böse Typen mehr als alles andere? Bräunungsspray? Sie lieben Bräunungsspray, aber noch mehr als das lieben sie es menschensüberfahren, Mann. Alter, was ist, wenn meine Nippel sich aufsteuern? Ja, geht einfach. In Ordnung. Okay, ich opfere mich für dich, Mann. Okay, du opferst dich im... Was? Hey, Bösewichte! Das sind sie. Fahrt uns doch über den Haufen oder so! Ich fahre sie über den Haufen oder so. Okay, dann wollen wir mal Ampelanlagen-Hack. Ah, au! Alter, Pfeife rüber rot! Ich kann mir kein weiteres Ticket leisten. Meine Mom wird mich umbringen. Wow, 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 grün. Wow, 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 rot. Ja! Oh! Grün, rot. Grün, rot. Grün, rot. Grün, rot. Okay, kommt schon, Leute. Kommt schon. Okay, scheiß drauf! Scheiß auf den Van! Kommt, Leute! Gehen wir! Okay, also das hier ist in der Ladezone. Also werde ich einen richtigen Parkplatz suchen. Oh, kommt schon. Ich wusste, dass ich den stereotypischen, muskulösen Action-Helden hätte nehmen sollen. Stehbleiben! Jetzt gebt uns das Handy und Bösewicht Nummer 3 hier muss euch nicht umbringen. Nein, ich werde euch dennoch sowas von killen. Gebt uns trotzdem das Handy. Äh, nur ne Sekunde. Gebt mir nur eine Sekunde. Das ist wahrscheinlich meine Frau. Sie fühlt sich immer alleine, wenn ich arbeite. Nur ne Sekunde. Du schläfst mit meiner Frau? Verdammt, deine Frau muss deinen Arsch ja richtig hassen. Ja, ich meine, es wäre scheiße, wenn jeder davon wüsste. Nicht wahr, Rob? Äh, ja, würde es. Ich hole mir das Handy. Bösewicht Nummer 4, oh, er versurrt einige Ärsche. Bösewicht Nummer 1 parkt gerade. Wieso parkst du nicht den gottverdammten Van, Bösewicht Nummer 2? Wir haben es geschafft. Die Fantasy Factory. Wir sind sicher. Offiziell. Die eine super Zeit. Ich nicht. Gib mir das gottverdammte Handy. Ah! Du hast mir in die Eier geschossen. Das ist ein direkter Bruch des Bro-Kauts. Hast du Basketbälle hier? Fährst man die Bälle so richtig an? Okay. Du kannst deine Bälle anfassen, wie es dir beliebt. Es steht dir frei. Hey, Leute! Hab endlich einen Parkplatz gefunden. Aber geht nur 15 Minuten, also müssen wir uns beeilen. Hey! Gebt mir das Handy. Oh Gott! Leute, er hat ein... Gummiband? Ich hab meine Waffe im Auto vergessen. Wie auch immer. Es wird dennoch richtig wehtun. Rob! Tu etwas! Ich will nicht, dass er meine Nippel abschießt! Ja, seine Nippel sind mega empfindlich! Schau! Sie sind schon wundgescheuert! Ich mach das schon. Raketenmodus aktiviert. Oh, Mist! Ihr seid ja wahrscheinlich aus dem Weg gehen, weil es so aussieht, als ob mich das Haar treffen würde! Das war geil! Ich weiß nicht, ich fühle mich richtig schlecht. Ich meine, das könnte richtig wehtun. Was könnte schlimmstenfalls passieren, ist das Styropor. Nun, er wollte dich mit einem Gummiband abschießen. Das ist wahr, es hat er verdient. Also, was jetzt? Offensichtlich. Episches High Five! Legen wir los! Äh, Leute? Kann ich mitmachen? Komm, ihr rüber, mein Großer! Geil! Legen wir los! Yeah! Oh! Was? Oh, was? Ist das alles, was du drauf hast? 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 Ist das alles... Oh! 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 Hey, Leute, DragonDub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt... What? No fair! Dann klickt doch einfach auf das linke Feld. Um weitere Playlists von mir und somit auch andere Videos zu sehen, klickt einfach auf das rechte Feld. In der Mitte findet ihr die Kanäle der hiermit gewirkten Gastsprecher. Schaut doch einfach mal vorbei. Klickt auf den übelst geilen Abonnier-Hack-Button, um euren eigenen Kanal zu abonnieren. Mann, das ist der kurze Hack, den ich je gesehen habe.